Herr Bader, Sascha Hildmann ist der neue Trainer des ersten FC Kaiserslautern. Gab es ernsthafte Alternativen und wenn ja, was hat sich denn am Endeffekt für Hildmann ausgesprochen? Ich glaube, es ist selbstverständlich, dass man sich intensive Gedanken macht, was passt zum FCK und vor allem, was passt zu dieser Mannschaft in der jetzigen Situation. Ich glaube, das ist unabdingbar, dass wenn man eine Analyse macht, wo man während der Saison einen Trainerwechsel machen muss, dass man sich genau überlegt, wer in dieser Konstellation zu dieser Mannschaft passt. Sascha kennt die dritte Liga in und auswendig, hat darin gearbeitet, hat gegen den FCK mit seiner Mannschaft, mit Sonnenhof Großasbach schon gespielt, kommt aus Kaiserslautern, ist hier geboren, hat für den FCK viele Jugendstationen durchlaufen, auch als Kapitän der zweiten Mannschaft gespielt. Also der weiß ganz genau, was es bedeutet, für den FCK Fußball zu spielen. Eine hohe Emotionalität. Die fachlichen Gespräche in den letzten Tagen mit ihm waren sehr inhaltvoll, waren sehr emotional und ich glaube, dass diese Kombination für uns das Richtige ist, jetzt relativ schnellstmöglich mit der Kürze der Zeit einen Trainer zu haben, der für diese Mannschaft und für den FCK so passt, dass wir die Ergebnisse wieder positiv gestalten können. Das Saisonziel war Aufstieg, ist Aufstieg, sagten Sie vorhin auf der Pressekonferenz. Jetzt ist aber auch zu hören, dass das Ziel vielleicht etwas zu hoch gesetzt wurde. Sehen Sie das ähnlich oder sind Sie da völlig anderer Meinung und sagen, okay, das ist immer noch ein realistisches Ziel? Schauen Sie, wenn der FC Kaiserslautern in die dritte Liga absteigt und dann sagt er, wir nisten uns in der dritten Liga ein, werde ich keinerlei Karten verkaufen, werde ich keinerlei Sponsoren begeistern können, ich bekomme keine Mannschaft zusammen. Weil jeder Spieler, der hergekommen ist, war klar, dass er mit dem Ziel herkommt, in der dritten Liga so erfolgreich zu spielen, aufzusteigen und deswegen ist es unabdingbar, seine Ziele, die man vor der Saison gesteckt hat, dann zu überprüfen, wenn sie Ende der Saison möglicherweise nicht und aus welchen Gründen nicht gelungen sind. Abschließend vielleicht noch die Frage, auch Ihre Person ist immer mal wieder in der Öffentlichkeit in Kritik. Inwiefern ist denn der Erfolg von Sascha Hildmann auch für Sie wichtig? Wer in der Öffentlichkeit kegelt, muss wissen, dass mitgezählt wird und das ist doch klar in dem Bereich, dass die Arbeit bewertet wird anhand der Resultate und wir haben gesagt im Sommer, ich bin ja voller Bewusstsein nach Kaiserslautern gekommen, ob der schwierigen Situation, wissend, dass diese Mannschaft aller voraussicht nach absteigen wird, dass sie wirtschaftlich einen Verein vorfindet, der jetzt auch nicht auf Rosen gebettet ist. Diese ganze Kombination mit einem neuen Kader, mit einer Zielsetzung in der neuen Liga ist eine Herausforderung und ich freue mich, dass ich diese Herausforderung angehen kann und insofern ist es, glaube ich, völlig selbstverständlich, dass derjenige in der Öffentlichkeit steht, wenn es nicht läuft, angezählt wird, aber sich davon beeinflussen zu lassen und Entscheidungen nur zu treffen, damit die Öffentlichkeit vielleicht befriedigt ist, das bin ich nicht, sondern ich bin Überzeugungstäter und wenn ich die Überzeugung bin, dass die Personale die richtige ist, dann werde ich sie versuchen umzusetzen und dahinter eine Logik zu packen und idealerweise geht diese Entscheidung dann auch auf. Dann dabei viel Erfolg und Dankeschön. Danke.